Salut und bonjour zu einer neuen Folge des Science Efforts der Woche. Wir haben uns jetzt diese Woche gefragt, wie viel Watt reichen nicht aus, um Wout van Aerts Hinterrad zu halten. Um das herauszufinden, werfen wir heute einen Blick auf den jüngsten Fahrer der diesjährigen Tour. Das ist nämlich der 21-jährige Amerikaner Quinn Simmons und dem seine sechste Etappe hat die uns mal näher angeschaut. Doch bevor wir wieder genauer in die Powerdaten der Tourprofis schauen und uns auf die Suche nach versteckten Leistungen, kalorischen Höchstleistungen und rasanten Klettergeschwindigkeiten begeben, möchte ich euch eben noch unseren Lead-Out-Man der heutigen Folge vorstellen. Das ist der Pro-Bike-Shop, der uns den Sprint wieder anzieht. Also schaut doch gerne mal vorbei auf probikeshop.com.de. Dort findet ihr immer wieder Angebote im Bereich Bikes, Material und mehr. Ob neue Laufräder, coole Brillen oder natürlich aktuell die begehrte Polka.Berg-Trikot-Tasse. Hier findest du alles, also schau doch einmal rein. Alle Infos findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's rein in die Daten. Wie schon gesagt, haben wir heute im Gepäck Quinn Simmons Daten der sechsten Etappe, bei der er zusammen mit Wout van Aert und Jakob Vogelsang in einem Trio in einer 122 Kilometer langen Flucht unterwegs war. Das Eindrucksvollste an diesem Tag war definitiv die Performance vom in Gelb fahrenden Knallgas-Belger Wout van Aert. Ich weiß nicht genau, was unser Talent dort vorhatte, aber am Ende ging es vermutlich vielleicht einfach darum zu zeigen, was er für geile Beine an dem Tag zu haben scheint. Aber van Aert zeigte eine eindrucksvolle Show auf der sechsten Etappe, die wieder einige seiner Konkurrenten einfach nur staunen ließ. Im Finale der Etappe bedarf es dann die Zusammenarbeit einiger Teams, um den solo fahrenden gelben Düsenjet vorne wieder einzufangen. Einfach nur verrückt. Doch was ist bis dahin denn alles passiert? In einer stark umkämpften Anfangsphase des Rennens musste Quinn Simmons bereits einige Mal in den roten Bereich gehen. Es dauerte kräftezehrende 80 Kilometer bis endlich mal eine Gruppe bestand, bei dem das Feld sich einig war, dass diese drei Fahrer vorne gehalten werden können. Wie schnell diese Anfangsphase war, wird klar bei der Sicht auf einen etwas formschwächeren Mathieu van der Poel. Nach gerade mal 12 Kilometer fällt schon Mathieu van der Poel aus dem Hauptfeld heraus. Der Holländer hat folglich richtig zu kämpfen, um den Anschluss an das davon rasende Peloton wiederherstellen zu können. Wir sehen in unserer Grafik, dass MVDP zwischenzeitlich 100 bis 150 Watt weniger Leistung erbringen kann, als Quinn Simmons, der vorne versucht sich in der Ausreißergruppe abzusetzen. An einer kleinen Welle verliert er bereits schon 16 Sekunden auf die Fahrer des Feldes. Quinn Simmons tritt in der Anfangsphase immer wieder Leistung um die 550 bis 600 Watt und damit 8 Watt pro Kilo auf Zeiträume von 1 bis 2 Minuten. Aber fernab von den Fahrern, die vorne in die Gruppe wollen, ist hinten richtig Alarm. Fahrer wie Max Wahlscheid fallen zwischenzeitlich immer wieder aus dem Hauptfeld. Und sobald sie auf das Hauptfeld aufschließen können, beginnen die Spitzenfahrer mit den nächsten Attacken. Da sie in den Abfahrten in einer kleineren Gruppe, also Max Wahlscheid, weiterhin ordentlich aufs Gas treten müssen, während sich auf der anderen Seite Fahrer wie Quinn Simmons im Hauptfeld bei den Abfahrten diesmal völlig erholen können, in Rollphasen und dann vorne wieder die nächste Attacke anbringen können, wenn es wieder bergauf geht. Es braucht dann irgendwann nochmal 50 Kilometer, als dann halt Fahrer wie Max Wahlscheid hinten in der Gruppe wieder an das Hauptfeld anschließen können. Und da war auf jeden Fall richtig Drama, ob die Jungs das irgendwie auch im Zeitlimit schaffen werden. Das Hittraining der Profis hält sich ganze 80 Kilometer, bis ich dann final eine Gruppe absetzen konnte. Mit dabei Wout van Aert, der mit seiner achten Attacke im Brechstangenmodus nun endlich fahren gelassen wird, zusammen mit Quinn Simmons und Jakob Vogelsang. Die drei fahren nun die nächsten 120 Kilometer als Trio zusammen. Jakob Vogelsang fährt eine Zeit mit, lässt sich jedoch 60 vor Ziel ins Hauptfeld zurückfallen und das Trio wird dann auf einmal zum Duo. Wir blicken auf die Powerdaten von Quinn Simmons. Es kostete Simmons in der Anfangsphase eine Leistung von 348 Watt und 408 Watt Normalized Power über eine Dauer von 1 Stunde 40 bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,4 kmh, bis die Gruppe erstmal final stand. Das ist also als Vorleistung. Das bedeutet, schon bereits vor der Gruppe des Tages musste Simmons einen enormen energetischen Aufwand von rund 2.159 Kilojoule erbringen, um sie überhaupt an der Stelle des Rennens absetzen zu können. Nach unseren Berechnungen kostete ihm die Anfangsphase bereits knapp über 300 Gramm Kohlenrate innerhalb der ersten zwei Stunden. Jetzt ist er in der Gruppe drin, also es folgt der kontrollierende Part. Das Trio wechselt sich gut ab, jeweils Führungen von ca. 400 Watt oder knapp darunter sind dann für Quinn Simmons gut tolerierbar. Bei ihm entsprechen dann die Führungen jeweils der Intensität des Sweet-Spot-Trainings bzw. ca. 100% der FTP und in den Erholphasen kann er sich im Windschatten dann bei gut 200 bis 82 Watt relativ gut erholen. Insgesamt fahren die drei mit knapp 300 Watt im Schnitt eine Geschwindigkeit von 49 kmh auf den nächsten 100 Kilometern. Mit Blick auf Quinn Simmons' Herzfrequenz erkennen wir, dass der Junge recht gut unterwegs ist. Seine Herzfrequenz driftet im Verlauf der Etappe nicht deutlich von der Leistung ab. Und diese Erkenntnis bekommen wir durch die Analyse der sogenannten Power-to-Heart-Rate-Ratio, von dem Fall 0,8%. Nebeninfo, falls du gerade nicht weißt, was der Cardiac Drift oder die Power-to-Heart-Rate-Ratio ist, dann schau doch einmal bei unserer aktuellen Videoreihe vorbei, der Science Masterclass. Dort beschäftigen wir uns rund um den Stoffwechsel im Radsport und Analysemöglichkeiten für dein Training zu Hause. Zurück zum Renngeschehen. Als das Trio dann zum Duo wird, schwinden auch langsam Simmons-Kräfte. Simmons fährt nun jeden Anstieg mit etwas über 5 Watt pro Kilo, also um die 400 Watt Intensität. Durch den hohen energetischen Verbrauch, den wir in dem Verlauf unserer Berechnungen einsehen können, ist er mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ihm bei einer Menge von mittlerweile 600 Gramm verbrauchten Kohlendrahten so langsam der Sprit ausgeht und die glykolytische Leistung fehlt. Resultat ist dann eine geringere Leistungsfähigkeit im anaeroben Stoffwechselbereich. Also kurz, mehr Intensität als 100% Schwelle ist dann irgendwie nicht mehr so richtig drin. Er versucht dann nochmal mit aller Gewalt bei Wout von A. hinten dran zu bleiben, als dieser den nächsten Anstieg hinaufballert. Seine Motivation erkennen wir auch daran, dass er nochmal seine Herzfrequenz auf 180 Schläge pro Minute drücken kann. Aber nach nun mittlerweile 700 Gramm verbrauchten Carbs ist sein Tank allerdings völlig leer. Er muss dann von A. ziehen lassen, schüttelt auch schon so ein bisschen in den Kopf und fährt dann alleine wieder zurück ins Hauptfeld. Fazit, nach zwei Stunden Etappen Anfang geballert, folgten nun mittlerweile zwei Stunden 30, 120 Kilometer in der Spitzengruppe. Mit einer durchschnittlichen Leistung von 311 Watt und einer Normalized Power von 336 Watt, sowie einem Verbrauch von 2600 Kilojoule Energie innerhalb der Gruppe. Seine durchschnittliche Herzfrequenz von 156 Schlägen pro Minute und aber auch der Herzfrequenzverlauf suggerieren, dass das Tempo in der Spitzengruppe erst einmal nicht per se zu schnell für ihn war. Quinn Simmons war einfach durch intensive, energieraubende Anfangsphase und seine körperlichen Leistungskapazität verglichen mit Wout von Aert nicht mehr in der Lage, das gruppeneigene Tempo mitzufahren. Er lässt dann Wout von Aert ziehen und kehrt zurück ins Hauptfeld. Es folgt dann eine entspanntere Lit-Ausfahrt, als er dann an den letzten Finalen anstiegen relativ easy im Feld mit 280 Watt über die Hügel rollt und am Ende der Etappe mit einem Rückstand von 11 Minuten 30 ins Ziel fährt. Aufgrund der Daten von Simmons können wir also sehen, dass die Gruppe um Wout von Aert, ihm und Jakob Vogelsang recht kontrolliert unterwegs war, durch den Rückenwind an dem Tag auch sehr schnell unterwegs war auf dem Weg nach Longby. Und von Aert einfach durch seine noch einmal deutlich höhere Forza Max in der Lage ist, mehr energetischen Output über seinen Fettstoffwechsel abdecken zu können, sodass er nach rund 200 Kilometern immer noch Vollgas mit jedem Anstieg mit 5 Watt pro Kilo attackieren kann. Und gegen das Hauptfeld konnte er sich dann allerdings aber auch nicht mehr behaupten, als diese hinten nochmal richtig aufzogen und geschlossen alle Mann den gelben einholen wollten. Das bedeutet, Wout von Aert war jetzt gar nicht so viel besser als Quinn Simmons. Quinn Simmons konnte einfach nur das eigene Tempo nicht mehr mitfahren. Die große Kunst ist es dann einfach auf so einer Etappe, wie Wout von Aert es gezeigt hatte, mit seinen energetischen Ressourcen haushalten zu können oder die höhere Leistungsreserve zu haben, um dann sich nochmal im Finale etwas absetzen zu können. Also Fazit zur Anfangsfrage, unter 5 Watt pro Kilo an den Anstiegen reichen nicht mehr aus, nach 2,5 Stunden und 311 Watt in der Spitzengruppe, um Wout von Aerts Hinterrad zu halten. Und das war es dann auch schon wieder zum Science Tour Effort der Woche. Für uns wieder einmal ein spannender Einblick in die Daten der Tourprofis. Wir blicken wieder weiter gespannt auf die kommenden Leistungen der besten Radsportler der Welt und vor allem, wenn es in die kommenden Tage in die Alpen geht. Also bleibt doch weiter dabei und genießt noch eine spannende Tour de France. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal wünscht euch eure Science Crew.